Wer hat denn heute noch Schuhe an? Okay, wir starten den Weltrekordversuch. Wir brauchen 6.000 Schuhe im Himmel von Mallorca in der Liga Rina. Hier ist nur noch Schuhe an. Nur noch die Schuhe an. Nur noch die Schuhe an. Sprichle! Wo sind eure Schuhe? Wir waren im Kino. Im Film mit dem Dino. Danach ein Glas Wein. Dann gingen wir heim. Wir kannten uns 2 Tage. Noch nicht sehr lang, keine Frage. Sie ließ mich kurz allein. Und dann kam sie da rein. Und was musste ich das hin? Hey! Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Hey! Nur noch die Schuhe an. Nur noch die Schuhe an. Und dann fahren wir zusammen. Braucht sie einmal Ruhe. Bestellt sie sich Schuhe. Und täglich um viele. Stehen dann vor der Tür. Und jetzt gehen wir hin, wo die Schuhe dazu. Wie auf Romando. Der Typ von Zalando. Komm, lass ich ihn rein. Komm, lass ich ihn rein. Schon dring dir an zu schreien. So läuft sie in der Wirbung. Hey! Sie hatte nur noch Schuhe an. 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 Hey! Oh, hey! Nur noch die Schuhe an. Nur noch die Schuhe an. Hey! Oh, hey! Nur noch die Schuhe an. Und danach fahren wir zusammen. Springen! Hey! Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Hey! Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Hey! Sie hatte nur noch Schuhe an! Und jetzt alle Frauen! Sie hatten nur noch Schuhe an! Und die Männer! Sie hatten nur noch Schuhe an! Und alle noch einmal zusammen! Sie hatten nur noch Schuhe an! Sie hatten nur noch Schuhe an! Sie hatten nur noch Schuhe an! Sie hatten nur noch Schuhe an!